Musik Anini Agaran ist für mich ganz besonders, denn hier singe ich das erste Mal selber ein Lied. Sonst mache ich das ja höchstens mal im Hintergrund. Es ist ein bretonisches Liebeslied. Es geht darum, dass ein Paar sich trennen muss wegen äußeren Umständen. Er muss in die Ferne segeln, um sein Überleben zu sichern, um überhaupt Geld verdienen zu können und sie bleibt zurück. Wir haben das ganze Stück sehr schlicht gehalten, nur Gesang, Gitarre und ein fantastischer Gastmusiker, Hendrik Morgenroth an den Illenpipes. Die geben dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Note. Ich persönlich kenne das Stück schon sehr lange. Ich habe es auch als Idee mit eingebracht. Ich habe es, ich glaube mit 16 oder sowas, also schon eine Weile her, das erste Mal gehört und fand es direkt ganz toll. Ich habe extra noch einen bretonischen Freund einmal über meine Aussprache drüber hören lassen. Also das Gröbste sollte schon so korrekt sein, hoffe ich mal. Merci Philipp! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020